Hallo liebe Freunde des gepflegten Kabelsalats, hallo liebe Freunde des Solarstroms. Es ist jetzt schon einige Tage her, wo ich meinen Gastauftritt bei YouTuber Lars hatte. Alle, die den Stream verpasst haben, schaut mal oben in die Infobox, da verlinke ich den auch nochmal. War auf jeden Fall eine sehr lustige Aktion, ist direkt super gestartet. Jetzt wollen wir nicht lange reden, ich möchte euch auf jeden Fall erstmal den Daniel vorstellen. Ja, der Jürgen hat mich ja jetzt schon angekündigt, also ich bin der Daniel, ich betreibe seit einigem... Ach, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung. Und ja, so haben der Jürgen und ich, ich sage es schon wieder, der Lars und ich uns kennengelernt. Finde ich aber super nett, also danke Klaus. Also wir haben viel gelacht, ja aber worum geht es jetzt konkret in diesem Projekt? Lars kümmert sich auf seinem Kanal ja hauptsächlich um das Thema Solarstrom bzw. Energieselbstversorger und ihm ging es jetzt darum, seinen Solarstrom effizient zu nutzen. Normal lädt er über die Solarpanels seine Batterien und die Idee dahinter war jetzt, wenn die Batterien voll sind, den Strom umzulenken und einzuspeisen ins Hausnetz. Wenn die Batterien sich dann aber um einen gewissen Anteil wieder entladen haben, dann soll natürlich erstmal wieder die Batterie geladen werden, natürlich vollautomatisch. Ja, das war also so das Ziel und ja, wir haben viel geredet, viel überlegt, viel experimentiert. Das ist jetzt inzwischen, wenn ich ehrlich bin, auch die vierte Variante der Platine. Die ersten drei hatten alle irgendwelche Macken, deshalb bin ich umso glücklicher, euch heute endlich die funktionierende Variante vorstellen zu können. Die Platinen stammen wie immer von PCBWay und ich würde sagen, die schauen wir uns als allererstes mal an. Zuerst einmal eine sehr schöne Verpackung, passend zu Weihnachten. Merry Christmas hier oben drauf. Nochmal vielen Dank an PCBWay für die Platinen, für euren Support. Und ja, was gibt es denn hier? Also erstmal wie immer alles gut geschützt, verpackt und hier geht es direkt weiter mit Weihnachten. Und zwar haben wir hier einen kleinen Weihnachtsbaum-Anhänger, finde ich unheimlich süß, mit ein paar SMD-LEDs da drauf. Sehr schön gestaltet, schön designt. Auf der Rückseite ein Slot für eine Batterie und ein kleiner Armausschalter. Ich würde sagen, das schauen wir uns als erstes mal an. Diesmal habe ich auch die Batterie direkt griffbereit. Ja und ihr seht, die LEDs blinken kunterbunt. Finde ich eigentlich eine sehr schöne Idee und auch an der Stelle nochmal vielen Dank dafür. Ich würde sagen, die stellen wir jetzt einfach mal da hinten hin. Die kann uns während des Videos ein bisschen zu blinken. So und jetzt kommen wir zu dem Interessanten und zwar hier haben wir unsere Platine. So sieht das Ganze aus. Ich würde sagen, ich packe es mal eben schnell aus. Ja, hier haben wir jetzt die Platine. Hier oben nicht zu übersehen der D1 Mini, unser Mikrocontroller, der sich nachher um die ganze Logik kümmert und die WLAN-Anbindung natürlich. Hier unten haben wir zwei Anschlussklemmen und zwar einmal für den Batteriestrom und einmal zum Schalten des Relais, welches wir da anschließen können. Dann haben wir hier einen Optokoppler, um das Ganze voneinander zu trennen. Dann haben wir hier oben in der Ecke noch einen Stromwandler sitzen, der das Ganze auf 5 Volt runter bricht und hier unten in der Ecke ein MOSFET, der letzten Endes das Relais schaltet. Dann haben wir noch so ein paar Pinouts hier drauf und einige Widerstände. Kommen wir aber jetzt gleich noch mal im Detail zu, während wir die Platine bestücken. Auf der Rückseite habe ich hier oben auch noch mal die ganzen Pin-Belegungen aufgeschrieben. Und ich glaube, viel mehr muss ich an der Stelle eigentlich auch gar nicht zur Platine sagen. Ich kann nur sagen, Platine wie immer, super verarbeitet. Danke an PCBWay dafür, die vorverzinten Kontakte. Ich liebe sie immer noch. Auch wenn ihr es bald schon nicht mehr hören könnt, aber es ist einfach so. Es ist so schön, damit zu arbeiten. Ich würde sagen, das tun wir jetzt auch. Wir legen los und bestücken erstmal die Platine. Ja, hier habe ich jetzt erstmal alle benötigten Teile zusammengesucht. Natürlich die Platine, den D1 Mini, dann haben wir hier zwei Schraubbuchsen, wo wir hier unten einmal die Batterie und das Relais später anschließen können, eine Status-LED, dann haben wir hier vier Dioden, einmal die 1N5408 und die 1N400. Dann haben wir hier einige Widerstände und zwar 22K, 2,2K, 180 Ohm und nochmal 10K. Hier liegt unser Spannungsregler, der LM7805CV. Dann haben wir hier unseren MOSFET, das ist ein IALZ34N und hier oben in der Ecke noch unseren Optokoppler. Das ist ein CNY17-4. Ja, und dann würde ich sagen, rede ich gar nicht lang rum. Wir fangen direkt an, das Ganze zu verlöten. Wie immer erstmal die Bauteile, die wir nicht verklemmen müssen, heißt alle, die irgendwie Beinchen dran haben. Ich nehme mal als erstes hier die drei Dioden. Die Dioden haben hier immer so einen silbernen Ring auf einer Seite, für all die, die nicht wissen, wie rum die jetzt hier einzulöten sind. Der silberne Ring ist auf jeden Fall hier auf der Platine an den Dioden auch eingezeichnet. Das heißt, da könnt ihr euch immer dran orientieren und wisst darüber dann auch, wie rum das Ganze hier drauf muss. Ich verbiege die immer so ein bisschen in eine U-Form, lasse die dann hier rein, richte die gegebenenfalls dann nochmal ein bisschen aus. In dem Fall passt es jetzt mal. Immer direkt noch die große dabei. So, wie immer verbiege ich die Beinchen hier drunter ein bisschen. Zeige euch das mal eben. Also, ich biege die immer so ein bisschen einfach hier auseinander. Dann können die Bauteile nachher nicht mehr aus ihrer Position rausfallen, auch wenn ich die Platine gleich auf den Kopf drehe. So, alles ein bisschen auseinander gespreizt und weiter geht's mit den Widerständen. Nehmen wir zuerst den 22 Kiloohm Widerstand. Daneben kommt der 2,2 Kiloohm. Dann brauchen wir zweimal 180 Ohm. Jetzt werden die hier drunter wieder alle ein bisschen auseinander gebogen. So, damit kommen wir jetzt zu den letzten und zwar dem 10 Kiloohm Widerstand. Und dann geht's weiter mit der LED. Die LED hat an ihrem kurzen Beinchen, auch hier oben, wenn man von oben drauf guckt, den Ring etwas abgeflacht. Also, hier hat er eine gerade Kante. Und diese gerade Kante seht ihr einmal hier auf der Platine. Und das kurze Beinchen der LED ist auch mit einem quadratischen Lötpad anstatt mit einem runden Lötpad markiert. Heißt, die kommt so rum hier rein. Einmal kurz festdrücken. Ein bisschen da drunter wieder verbiegen. Dann kommen wir zu unserem Spannungsregler. Und dieser kommt jetzt so rum hier rein. Und das wisst ihr einfach dadurch, wenn ihr den so vor euch haltet, ist das linke Beinchen der erste Pin. Und der erste Pin ist auf der Platine immer mit so einem quadratischen Lötpad markiert. Daran könnt ihr euch immer orientieren und wisst, wie rum muss das Bauteil denn jetzt wirklich hier auf die Platine. Auch hier die äußeren Beinchen ein bisschen auseinander biegen, damit das Ding nicht mehr abhauen kann. Dann nehmen wir unseren MOSFET. Auch hier gilt wieder das Gleiche. Wir drehen ihn so rum, dass das linke Beinchen, wenn wir von vorne drauf gucken, hier auf dieses quadratische Lötpad kommt. Und stecken ihn hier rein, biegen unten drunter ein bisschen krumm in zwei verschiedene Richtungen, damit es nicht abhaut. So, und damit sind alle Teile mit Beinchen montiert. Der ganze Rest muss nachher geklemmt werden. Insofern drehen wir das Ganze mal um und verlöten das schnell. So, alle Beinchen sind verlötet. Knipsen wir also jetzt das überstehende eben weg. Ja, so sieht die Platine jetzt erst einmal aus. Machen wir auch direkt weiter. Und zwar würde ich jetzt erstmal mit dem Sockel hier anfangen. Der Sockel ist für den Optokoppler. Ihr könnt ihn natürlich auch direkt drauf löten, aber wenn mal was am Optokoppler dran ist und ihr den austauschen wollt, ist es mit so einem Sockel natürlich viel angenehmer, weil ihr könnt den Optokoppler einfach rausziehen, neuen reinstecken und das Ganze geht weiter. Der Sockel hat auf der einen Seite hier so eine kleine Einkerbung. Diese Einkerbung finden wir auch hier auf der Platine markiert. Das Ganze ist wieder, damit wir wissen, wie rum das Bauteil letzten Endes hier drauf muss. Also setzen wir den Sockel so rum hier drauf und verlöten das Ganze. Dann machen wir auch direkt weiter hier mit den zwei Schraubklemmen. Die kommen hier unten in die Ecke. So, und jetzt fehlen eigentlich nur noch einmal die Buchsenleisten hier für den D1 Mini und hier die vier Pinheader für das später geplante optionale Display. Dafür packen wir mal den D1 Mini aus. So, den D1 Mini legen wir erstmal kurz beiseite. Dann haben wir hier verschiedene Arten von Buchsenleisten und Headerpins. Was wir brauchen, sind einmal die Headerpins. Die müssen an den D1 Mini gleich dran. Legen wir also schon mal dazu. Und die Buchsenleisten mit den langen Stiften, die können wir auch weglegen. Wir brauchen die mit den kurzen Anschlusspins. Fangen wir an mit dem D1 Mini. Jetzt löten wir die Headerpins unter den D1 Mini. Also die kurze Seite stecken wir hier rein. Und verlöten das Ganze. Das Gleiche machen wir jetzt noch mit der anderen Seite. So, nachdem wir den D1 Mini mit Headerpins versorgt haben, nehmen wir jetzt die Buchsenleisten mit den kurzen Stiften. Stecken die einfach mal hier drunter. Nehmen uns unsere Platine und schauen jetzt mal, wie rum der D1 Mini hier drauf muss. Wir sehen hier die Aussparungen der D1 Mini Platine. Genau so setzen wir sie jetzt also auch hier drauf. So, und der D1 Mini sorgt jetzt einfach dafür, dass die Buchsenleisten genau so positioniert sind, wie wir sie nachher auch brauchen. Und dann seht ihr schon, ich kann die Platine umdrehen, ohne dass hier irgendwas rausfällt. Das wird automatisch durch den D1 Mini jetzt schon fixiert. Wir klemmen das trotzdem mal sicherheitshalber ein bisschen fest. Stützen es also hier mit dem zweiten Arm von unten ein bisschen und verlöten wieder das Ganze. So, eigentlich ist die Platine jetzt schon fertig. Wir haben aber noch hier die vier freien Löcher. Und an diese vier Lötpads, da löten wir jetzt noch eben vier Headerpins dran. So, und jetzt sind wir wirklich fertig. Die Platine ist vollständig bestückt. Wir nehmen uns jetzt noch hier den Optokoppler. Und wenn wir uns den mal genau ansehen, sehen wir das hier oben in der Ecke. Also oben rechts in der Ecke hat er einen kleinen Punkt. Das ist Pin 1. Pin 1 muss hier auf die Seite, wo die Aussparung im Sockel ist, der auch auf der Platine eingezeichnet war. So, also drücken wir den Optokoppler jetzt einfach hier rein. Das heißt, die Markierung ist jetzt von hier unten gesehen oben rechts in der Ecke. So, und damit ist die Platine vollständig. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist die Software auf dem D1 Mini. Und dafür gehen wir jetzt mal runter ins Büro, hängen den D1 an den PC und ich zeige euch mal, wie ihr die Software hier drauf geflasht kriegt. Ja, wir sind im Büro angekommen und ihr seht jetzt hier meine Webseite. Denn hier habe ich eine Anleitung veröffentlicht, in der ich kurz zusammenfasse, was ihr alles wissen müsst, um dieses Projekt selber nachzubauen. Wir gehen das mal ganz kurz durch. Ich beschreibe zuerst mal, worum geht es überhaupt, was war unser Ziel und wie haben wir das Ganze grob umgesetzt. Dann findet ihr hier nochmal den Schaltplan, ihr findet das Platinenlayout und eine 3D-Vorschau der Platine. Als nächstes habe ich hier auch nochmal alle Bauteile aufgelistet und verlinkt. Die Links führen alle nach Amazon. Es handelt sich hierbei um Affiliate Links. Würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr die Platine nachbaut, wenn ihr die Affiliate Links nutzen würdet. Ihr zahlt natürlich das Gleiche. Ich würde aber eine kleine Provision dafür bekommen. An der Stelle vielen, vielen Dank dafür. Dann findet ihr hier drunter noch eine Übersicht, wie viel Stück von welchen Bauteilen ihr denn genau benötigt, um das Ganze nachzubauen. Und jetzt kommen wir auch direkt zum entscheidenden Punkt und zwar der Software. Die Software habe ich auf github.com hinterlegt. Alle Links, die ihr jetzt im Video seht, findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung. Wir wechseln jetzt mal in das entsprechende GitHub-Repository. Ich klicke hier mal auf den Link. Ja, und das ist das eigentliche Programm für unseren D1 Mini. Hier habe ich es auch noch mal ganz kurz zusammengefasst. Auch noch mal der Link wieder zurück zur Anleitung. So, aber wir möchten jetzt dieses Programm auf unseren D1 Mini flashen. Dazu klicken wir hier oben auf Code und sagen einfach mal Download Zip. Die Zip öffnen wir. Dann mache ich den Browser mal klein und entpacke diesen Ordner auf meinen Desktop. Als allererstes benennen wir den Ordner mal um und zwar machen wir das Minus Master am Ende weg, wechseln in das Verzeichnis und dann öffnet ihr mit eurer Arduino IDE die Datei solar-einspeise-regelung.ino. Ich gehe an der Stelle davon aus, dass ihr die Arduino IDE schon installiert habt und dass diese für einen ESP bzw. den D1 Mini vorkonfiguriert ist. Für alle, die jetzt nicht wissen, was sie dafür tun müssen, verlinke ich oben in der Infobox einmal eine Anleitung, was ihr in der Arduino IDE noch einstellen müsst, damit diese mit dem ESP überhaupt umgehen kann. Ich öffne jetzt mal die Solareinspeise-Regelung. So, und dann sehen wir als allererstes mal einen ausführlichen Kommentar. Eigentlich alle Informationen, die wir brauchen, noch mal kurz und knapp zusammengefasst. Erstmal unsere beiden Kanäle und Webseiten. Dann findet ihr hier einen Link zur Platine selber. Die Platine habe ich bei PCBWay.com im Shared Project Bereich hinterlegt. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Platine schnell und kostengünstig zu bestellen. Dann findet ihr hier nochmal den Link zum Quelltext. Und nochmal den Link zur Kurzanleitung, womit wir angefangen haben. Als nächstes ist hier ganz kurz und knapp beschrieben, wie man überhaupt in die Konfigurationsoberfläche nachher verbindet. Das schauen wir uns aber gleich auch noch an. Und dann geht's los mit der Konfiguration. Wir können einmal angeben, wie viele Verbindungsversuche er machen soll, bevor er einen eigenen WLAN-Hotspot öffnet. Dann findet ihr hier die Pin-Belegung. Für alle, die nicht die Platine nutzen, sondern das Projekt so nachbauen möchten, die können hier natürlich die Pins ändern. Alle, die die Platine nutzen, bitte die Pin zu lassen, ansonsten funktioniert es nicht. Ja, und dann habt ihr hier noch die Möglichkeit zu sagen, in welchem Intervall er die Spannungsmessung durchführen soll. Ich denke, da muss ich nicht mehr viel zu sagen. Hier misst er also alle zwei Sekunden, wie viel Spannung haben wir auf der Batterie und entscheidet, dementsprechend muss ich schalten oder nicht. Dann steht hier auch schon, ab hier nichts mehr ändern. Ich gehe jetzt auch gar nicht weiter darauf ein, wie das Programm letzten Endes arbeitet. Nur vielleicht mal eben ganz kurz. Solareinspeiseregelung ist quasi das Hauptprogramm, was alles zusammenhält. Im Backend kümmern wir uns um die eigentliche Logik des Programms. Config kümmert sich darum, die Konfiguration zu laden und zu speichern. Und Frontend ist unser Frontend, also unsere Webseite und alles, was damit zusammenhängt. So, jetzt möchten wir das Ganze also auf unseren D1 Mini hochladen. Den D1 Mini habe ich auch schon mit dem USB-Anschluss meines PCs verbunden. Und dann gehe ich jetzt hier auf Werkzeuge. Dann müssen wir sicherstellen, dass unter Board auf jeden Fall der WMOS D1 Mini ausgewählt ist. Den finden wir unter ESP8266 Boards. Achtung, kein D1 Mini Pro, kein D1 Mini Lite, sondern D1, R2 und Mini. Dann ist es noch wichtig, Erase Flash All Flash Contents auszuwählen. Denn wir möchten auch sämtliche Konfigurationen wie WLAN Settings etc. Wir möchten einfach alles von diesem D1 Mini löschen. Und zu guter Letzt überprüfen wir noch den Port. Wenn ihr euch nicht sicher seid, welcher Com-Port der richtige ist, zieht den D1 Mini ab. Schaut einmal in der Liste nach, welche Com-Ports tauchen hier auf. Dann schließt ihr ihn wieder an. Und der Com-Port, der dazukommt, das ist der richtige. Den wählen wir hier aus und sagen einmal hochladen. So, das Hochladen ist abgeschlossen. Wir sehen hier unten Leaving, Hard Resetting via RTS-Pin. Das heißt, unser D1 Mini wurde neu gestartet und sollte jetzt seinen Hotspot geöffnet haben. Das heißt, die Arduino Software brauchen wir nicht mehr. Die machen wir zu. Und wir wechseln wieder in den Browser. Und wie wir eben hier in der Solareinspeiseregelung INO gesehen haben, ich spring da nochmal eben kurz rein, wenn kein WLAN verbunden werden kann, wird ein offener WLAN Access Point mit dem Namen YouTuber Lars gestartet. Also gehen wir mal in unsere WLAN-Übersicht. Und dann sehen wir hier auch schon YouTuber Lars. Das ist unser WLAN des D1 Mini. Und damit verbinden wir jetzt mal. So, er hat verbunden. Wir sehen hier kein Internet offen, also kein Passwort. Wir kommen einfach so hier rein. Das steht auch hier auf dieses WLAN. Kann man ohne Passwort verbinden. Und anschließend im Browser auf die Adresse http.doppel-slash 192.168.4.1 verbinden. Das kopiere ich mir jetzt mal. Und wir verbinden mal auf genau diese Adresse. Und siehe da, wir kommen auf unsere Webseite, die jetzt vom D1 Mini für uns bereitgestellt wird. Hier sehen wir eine kleine Übersicht. Batterieart 12 Volt, aktuelle Spannung. Die ist natürlich Quatsch. Wir haben keine Batterie, kein Netzteil und nichts angeschlossen. Das, was er hier misst, das sind irgendwelche Restströme, die vom USB hier reinkommen. Ja, dann sehen wir die Konfiguration. Einspeisen möchten wir ab 14,3 Volt. Laden möchten wir unter 12,3 Volt. Der Modus steht auf automatisch. Das heißt, anhand der aktuellen Spannung ermittelt er, ob er den Relaisstatus auf Laden stellt oder auf Einspeisung. Ja, und das war es hier oben eigentlich auch schon. Dann haben wir unten noch die Möglichkeit der manuellen Schaltung. Heißt, wir können hier zum Beispiel sagen, wir möchten die Einspeisung dauerhaft einschalten. Dann sehen wir hier auch, Modus ist ein. Also die Einspeisung läuft jetzt dauerhaft. Er misst nicht mehr die aktuelle Spannung, sondern er speist jetzt einfach dauerhaft ein. Genauso können wir auch sagen, wir möchten die Einspeisung dauerhaft ausschalten. Dann würde er jetzt dauerhaft die Batterie laden. Und dann haben wir eben den Standardmodus automatisch. Und nur im Status automatisch analysiert er die aktuelle Spannung und schaltet dementsprechend das Relais. Dann gibt es hier unten noch einen einzigen Punkt, und zwar den Punkt Einstellungen. Hier könnt ihr einmal den Hostnamen, also den eigentlichen Gerätenamen konfigurieren. Das ist der Name, unter dem ihr dieses Gerät auch dann in eurem WLAN findet, wenn ihr zum Beispiel auf dem Router in die Übersicht guckt. Und damit der D1 Mini in euer WLAN von eurem Router verbinden kann, habt ihr hier die Möglichkeit, eure SS-ID und euer WLAN-Passwort anzugeben. Wenn ihr dann den D1 Mini neu startet, nachdem ihr gespeichert habt, dann verbindet der D1 Mini auch in euer Heimnetzwerk. Des Weiteren können wir hier unter Relais-Einstellungen noch angeben, wann soll er die Einspeisung abschalten. Das heißt, unter 12,3 Volt würde er aktuell den Schaltstrom vom Relais abschalten, und über 14,3 Volt würde er den Schaltstrom fürs Relais einschalten. Das können wir hier auch ändern. Dann haben wir mal hier 12,5 und 14,5. Und wenn ich das jetzt speicher, dann sehen wir auch, er übernimmt das auch sofort, und diese Einstellungen sind auch sofort gültig. Dann gibt es noch einen weiteren Punkt, den werden wir uns nachher auch noch mal live ansehen, und zwar Spannungssensor kalibrieren. Ich erkläre das schon mal eben kurz. Die Umlaute hier muss ich noch korrigieren, aber hier habt ihr die Möglichkeit, euren Sensor zu kalibrieren. Wenn die Messwerte vom D1 Mini abweichen von der echten Batteriespannung, dann geht ihr her und nehmt ein Messgerät, messt die aktuelle Spannung, die ihr gerade auf eurer Batterie habt. Dann würdet ihr diese hier eintragen. Sagen wir mal einfach 12,25. Wenn ihr also 12,25 Volt gemessen habt bei euch an der Batterie, tragt ihr genau die hier ein, klickt auf Kalibrieren, und ab dann sollte hier die aktuelle Spannung auch mit der echten Spannung eurer Batterie übereinstimmen. Ja, das sind soweit die Funktionen, die wir bisher in der Web-Oberfläche drin haben. Hier kommt sicherlich demnächst noch das ein oder andere mit hinzu. Im Stream habt ihr uns ja auch schon so einige Ideen geliefert. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, sobald sich hier was tut. Das ist auf jeden Fall erstmal der aktuelle Stand und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal live an. So, das ist jetzt unser Testaufbau. Den D1 Mini mit der neuen Software habe ich schon wieder platziert. Hier seht ihr, habe ich das Netzteil angeschlossen. Das simuliert jetzt eure Batterie, aber so habe ich die Möglichkeit, mal unterschiedliche Füllstände der Batterie zu simulieren. Und anstelle des Relais, damit ihr das besser sehen könnt, habe ich jetzt hier einfach meine 12 Volt LED angeschlossen, dass ihr einfach seht, 12 Volt sind da oder 12 Volt sind weg. Und da hängt ihr dann letzten Endes euer Relais dran, was entsprechend zwischen dem Laderegler und dem Wechselrichter hin und her schaltet. Ich schalte jetzt mal das Netzteil ein. Dann seht ihr hier, die Batterie würde jetzt 12,7 Volt liefern. Und jetzt dauert das so ungefähr 20 Sekunden. Na, nicht mal. Jetzt ist er schon da. Er hat jetzt versucht, ins WLAN zu verbinden. Da wir aber noch kein WLAN konfiguriert haben, macht er jetzt einen eigenen Access Point auf. Und das schauen wir uns mal kurz am Handy an. Ich gehe jetzt mal hier in die WLAN-Einstellungen und er sucht und findet hier oben auch direkt YouTuber Lars als WLAN. Das ist hier unsere Platine. In dieses WLAN verbinde ich jetzt mal. So, und jetzt sagt er natürlich ohne Internet verbunden. Klar, das Ding geht ja eben nicht auf den Router. Wir brauchen aber auch kein Internet. So, und jetzt sagen wir hier einfach mal 192.168.4.1. So, und hier seht ihr jetzt schon die Oberfläche von unserer Platine. Ihr seht Batterieart 12 Volt. Das ist zur Zeit bei der Platine auch statisch. Eine aktuelle Spannung wurde gemessen in dem Moment, wo wir die Seite geladen haben von 12,75 Volt. Und das ganze System ist so konfiguriert, dass er sagt, einspeisen ab 14,3 Volt und zurückschalten auf Laden erfolgt unter 12,3 Volt. Heißt, wir sind jetzt also bei 12,7 Volt. Also noch genau dazwischen. Ihr seht ja auch an der LED, dass er zur Zeit im Lademodus ist. Könnt ihr auch nochmal beim Relais-Status sehen. Wenn ich das Ganze jetzt hochregel, sollte er bei 14,3 in etwa anfangen, hier zu blinken. Genau. Und die LED-Stripe geht an. Heißt, jetzt wurde euer Relais geschaltet. Und das wird hier an der Platine auch nochmal durch ein Blinken der LED signalisiert. So, und jetzt kann ich auch wieder auf 13 Volt zum Beispiel runtergehen. Und er bleibt beim Einspeisen. Denn wir haben ja konfiguriert, erst unter 12,3 soll er wieder zurückschalten auf den Laderegler und die Batterie laden. Jetzt gehen wir mal langsam wieder runter. Und so langsam. So, und jetzt sind wir unter 12,3. Ich aktualisiere nochmal die Webseite. Genau, die sagt jetzt auch 12,27. Hier haben wir 12,25. Also minimale Abweichungen in der Messung, die aber absolut tolerierbar sind. Und ihr seht, die LED ist auch wieder ausgegangen. Und wenn wir jetzt nochmal wieder hochgehen. So, 14,2, 14,3 ungefähr in dem Bereich. Ja, wir haben jetzt hier auch 14,29 gemessen bei 14,3 Volt auf dem Netzteil. Also, das ist alles, denke ich, vollkommen akzeptabel. So, und dann schauen wir uns mal eben noch die Oberfläche an. Wir haben hier bei manueller Schaltung noch drei Knöpfe. Und zwar ein Aus- und Automatisch. Aktiv ist zurzeit Automatisch. Das sehen wir an der gelben Hinterlegung. Und ja, solange der auf Automatisch steht, klappt eben hier diese Schaltung auch. Die Verzögerung ist einfach, er misst nur alle, ich glaube, 5 Sekunden oder so. Das ist aber im Sketch einstellbar. Dadurch ist das jetzt nicht 100% in dem Moment, wo es hier wechselt. Aber ich denke mal, so schnell wird eure Batterie auch nicht geladen, dass die 5 Sekunden Verzögerung wehtun. So, aber wir haben hier eben die Möglichkeit auch zu sagen, Einspeisung ein. So, ich aktiviere das mal. Und wenn ich jetzt wieder runterregele, jetzt könnte ich auch auf 11 Volt runter. Und es passiert nichts. Er würde jetzt dauerhaft einspeisen. Und eure Batterie würde gar nicht mehr geladen. Genauso kann ich aber auch sagen, ich schalte die Einspeisung ganz aus. Dann steht er jetzt auf dem Lademodus. Also die LED-Stripe ist aus. Das Relais würde keinen Strom bekommen. Und jetzt könnte ich ihn auch auf 15 Volt hochdrücken. Der Laderegler würde dauerhaft mit Strom versorgt. Und er würde gar nicht mehr ins Hausnetz einspeisen. Erst wenn wir wieder auf Automatisch schalten, dann zieht auch wieder die Automatik. Und sobald wir unter die 12,3 Volt gehen, schaltet er aus. Sobald wir über die 14,3 gehen, geht er wieder an. Ja, soviel erstmal zu der Platine. Den Konfigurationsmodus habe ich euch ja eben schon kurz gezeigt. Wenn also mal eure Messergebnisse drastisch abweichen sollten, dann habt ihr hier die Möglichkeit, über das Webinterface auch noch euren Sensor hier zu kalibrieren. Heißt, ihr schaut einfach mit dem Messgerät, wie viel Volt liefert meine Batterie gerade. In dem Fall 15,56, 15,57 Volt. So, und dann gehen wir jetzt einfach hier hin, in das Textfeld. Sagen hier 15,56. Ich klicke auf Kalibrieren. So, und jetzt hat er diese Einstellung übernommen und das System neu kalibriert. Und wenn wir jetzt die Seite neu aktualisieren, seht ihr auch hier aktuelle Spannung 15,56. Nehmt zur Kalibrierung am besten ungefähr den Mittelwert zwischen Einspeisen ab und Laden unter. Also ich sage mal bei 13 Volt, wenn die Batterie gerade so 13 Volt hat, am besten dann kalibrieren. Dann ist das Ganze am präzisesten, weil umso weiter ihr von dem Kalibrierungspunkt abweicht, umso größer ist auch die Messabweichung. Aber ich denke, in dem Bereich zwischen, ich sage mal, 11 und 16 Volt, sollte das absolut nicht wehtun. Da bewegen wir uns im Nachkommabereich, der uns eigentlich nicht mehr interessiert. Ja, soviel zum Thema Solareinspeiseregelung von YouTuber Lars und Smart Home Yourself. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und konnte euch mit dem Video ein bisschen weiterhelfen. Wenn ihr doch noch irgendwelche Fragen habt, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wir helfen, wo wir können natürlich jederzeit weiter. Ansonsten, wenn ich euch mit dem Video weitergeholfen habe und es euch gefallen hat, würde ich mich riesig über einen Daumen hoch freuen. Abonniert auch gerne den Kanal und klickt auf die Glocke, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Verabschiede mich hiermit und sage einfach, bis zum nächsten Video. Ciao!